Du präsentierst online. Wie machst du das, präsent und lebendig rüberzukommen? Oder würdest du gerne wissen, wie Petzl das macht, dass er immer, ich meine wirklich immer, in die Webcam schaut? Du ärgerst dich über eine Kollegin, und zwar so richtig doll. Wie kriegst du das hin, dass deine Stimme nun eher ruhig und tief bleibt? Oder hättest du gerne endlich mal eine Anleitung, was in deine PowerPoint gehört oder gerne wegbleiben kann für die nächste Remote-Präsentation? Mitten im wichtigen Vortrag. Plötzlich musst du dich räuspern. Was hilft da jetzt? Wie wäre es denn mit Tipps gegen Herzrasen, wenn dein Chef dich das nächste Mal wieder ganz spontan bittet, was vorzutragen, was du gar nicht vorbereitet hast? Und warum muss ich eigentlich Kopfhörer tragen und du hast keine auf? Das alles und noch viel mehr am Donnerstag, dem 7. Januar 2021. Wir treffen uns gewissermaßen zum Lunch um 12.30 Uhr. Petzl? Hm? Petzl, sag mal. Warum reflektiert eigentlich das Licht in meiner Brille, aber in deiner nicht? Das möchtest du jetzt wohl gerne wissen. Ja! Sag ich aber nicht. Okay, dann frage ich wieder, ab jetzt, jeden ersten Donnerstag im Monat. In unserem Our Life. Ask us anything. Nothing. Thank you. Vielen Dank.